Und der Moment, in dieser Sekunde, wie ich von der Sonne beküsst, steht genau über der Tiefvorspitze. Wunderschön. 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 Und jetzt hier, vis-à-vis von der Tieffuhrspitze auf 3600 Wurgrad, 6-7 vielleicht so gerne, bin ich da auch hier gelandet. Was man natürlich nicht versteht hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.